Herzlich willkommen zur 15. Folge von Hi&Life. Das letzte Mal habe ich am 10. August gespielt, jetzt ist der 1. Dezember wieder ein etwas her. Wir haben letztens ein paar so Sachen quasi erkundet und abgeschlossen und müssen jetzt eigentlich da oben entweder uns weiter erkunden oder uns in unserem Bett aussuchen, das werden wir direkt machen. Aber ja, das kann man anscheinend auf die Slums oben schauen, wo wir ganz nicht mehr anfangen wollen. Das heißt, wir sind in einem erhöhten Bereich von BIMP-CD. Oh mein Gott, fast oben. Okay, let's go. Hol dich in deinem Bett aus. I mean, da bin ich da. Ich glaube, das ist das Erlebniskanal. Ich glaube, das ist das Erlebniskanal. Aber wir können eben weiter erkunden. Aber ich denke mal, wir machen es mal da. Wenn ich das wissen würde, oder? Ich frage mich sowieso, wo unsere Schwester ist. Oh ja, mal schauen. Gehen wir mal schlafen, das ist eine gute Idee. Hey, good night, partner. I'm just gonna sit right here and watch you fall asleep. I'm really glad we met. You know, I think, I think we're doing something amazing here. How cool would it be if we actually stopped the G3? Sorry, sorry. I'm just, I'm excited. I'll shut up. Let's get some sleep. Pretty soon, you know, we'll be jetpacking across all the space. Sorry, I'm being too loud. You're probably trying to, let's get you to sleep. Okay. Club stay. Club stay. Club stay. Also, ich glaube, es ist Mittwoch. Ah, hast du gepackt? Errungenschaft gekriegt? Downtown? So many things. Alright, partner. Let's take this jetpack for a spin. Can you make it over that gap? Also, warum wir jetzt schlafen haben müssen gehen? Und warum wir jetzt so basically auf unserem Haus sind? Verstehe ich gerade jetzt nicht. Aber ich habe eben schon mal irgendwo Folge Folge erraten, dass es mal ein Chatpack gehen wird wahrscheinlich. Und es gibt wirklich genau das ist ja auch schon mal ein Chatpacker mit diesem Motto… Die… Erstmal. Also, wir haben jetzt noch zwei Chatbanks in dieser Sache. Also, wir haben jetzt noch zwei Chatbanks in dieser Sache. Das war's für heute. Sorry, wir wollen auch hier. phải Problem. T-Tonnie Hawk, der Chatbanksnife. Ah, also da magst du mal eine Höhe, du kannst halt weiter fliegen. Es ist eine sehr coole Feature, die wir hier haben. Wir haben viel Zeit und Effort in das. Wir gehen zurück und reden mit Gene und sehen, ob es noch neue Bounties gibt. Hm, naja, jetzt wollen wir uns, dass wir Dirk 9 Bounties machen. Wir können da zwar rein, das ist safe, noch irgendwann eine Kiste holen. Aber wir werden das Dirk so machen, wie unser... ...Gadlin uns das so gesagt hat. Jetzt ist es wieder da. Was ist das? Wtf? Du weißt, dass ich hier ein ganzes Leben habe. Während du weg bist, Spaß macht... Ich will ihr Leben gehen, wissen was ich so gut alles macht. Nein, du bist richtig. Ihr Freund ist witzig. Just clean up after yourself, Jesus! Hey, schau. Ich bin entschuldigt, dass ich hart rauskomme. Er messen die Gruppe-Dynamik. Wir haben eine gute Sache hier. Wir machen das lustige Sitcom-Banzer zurück und zurück, während du hier nimmst und bläst alien-Baddies in deinem Gesicht. Es ist großartig! Du bist glücklich, dass du hier mit uns leben kannst. Ich bin nicht egal, dass deine Dyname-Dynamik ist. Ich bin nur sagen, dass du hier gar nicht kennt. Du bist sicher, dass du ihn sogar sogar erinnertet bist? Most aliens nur die eigene speciesist. Was für dich? Du sagst, dass du einfach alles mit der ganzen Welt bist. Ja, aber ich bin ein Washed-Up Degenerate. Du hast dein ganzes Leben vorhanden. Das ist mehr condescending, als es ist süß. Was? Nein. Wir haben all diese Zeit leben zusammen. Ich bin jetzt über dich, Leslie. Für fuck's sake! My name's Lizzy! Come on. Tell her I care about her. Excuse me? No. Sorry. But I am not about to let this fuck-up degenerate school me on life decisions. The fact that I'm a fuck-up degenerate is exactly why you should let me school you on life decisions. I know better than anyone what not to do. You're both assholes. Yeah? Well, you're gonna get this Twig guy pregnant. And then I'll be here to tell you I told you so. Then who's gonna have to deal with all your mutant kids running around this house? Me! Not that it matters, but I'm the one who would get pregnant. Not the way his species works. They get pregnant real easy. I'm so sick of this shit. Look, I just don't want Twig to think I'm messy, okay? It's that simple. And I don't want you dating him at all. Why don't I set you up with my nephew Grimm Dick? Yeah, they want a friend to bring him together. And yes, before you ask, he's got both his legs. That's not like a family ailment or anything. Fuck off! Just grow up and get used to me and Twig! Come on, tell Gene I can date whoever I want. Uh... Well, geez. I don't know why you're being so critical of me. I mean, I'm your own sister. And I'm the only human you've got left that's not getting smoked by giant space slugs. Wow. Yeah. She's right. Real cold of you. Just kidding. She's wrong and you made her a choice. Just clean up, Gene. Okay? Sorry to drag you into all that. Anyway, a nice little arrangement with Klug is paying off. They sent us intel on two new bounties. So, uh, go ahead if you wanna get started on those. Now we're going to do the bounties. Now we're going to do the whole crab. Now we're going to do the whole crab. Now we're going to do all the nice gopferljacks. Now we're going to do it again. Now we're going to do the bounty hunter 3000. Now we're going to do the bounty hunter. Now we're going to do the bounty hunter. Now we're going to do the bounty hunter. I guess, do the bounty hunter. I guess, in a new labor. Or do Dr. Giblet. He is also the leader of the research and development. We'll get both of them. So, honestly, I find those a bit cooler. I mean, then we'll take care of everything. Das Portal ist echt schließlich ein Stück weit weg. Ich habe sogar schon ein Map dazu. Guck mal. Heyo! Ah, es war schrecklich. Alle anderen wurden wieder inslaut, wenn man es glaubt. Ich glaube, dass sie inslaut sind. Nein, nein, hier ist kein Entschuldigung. Alle haben ihren Kink. Wo können wir sie finden? Sie arbeiten jetzt bei Skrindle Labs. Nur über die Mushroom-Value hier. Nur bemerkbar. Das Ort ist freaky. Hey, wir empfehlen es, Mann. Okay. Wir haben die mehr oder weniger mal befreit und küssen lassen. Und was auch immer, die ganzen Teddybären da. Anscheinend ist da, dass... Das, 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 das ist ein... Ich kann nicht mehr reden. Das ist ein Aufenthaltsort. Das Dorf einfach. Ich verstehe nur noch gar nicht ganz, wie ich komme und wie auf die Landkarten. Da. Karten ist es nicht. Karten ist es nicht mehr. Da brauchen wir aber keine Landkarten. Infoscanner. Ah, schon da rüber. Eben gedacht, hinter dem Dorf da. Okay, dann da. Ja, und sind wenigstens erscheinend für Skrindle Labs zu werden. Mehr oder weniger. Und dann, let's go. Kann ich da rumverspringen? Oh mein Gott. Knife ist wieder weg. Oh mein Gott. Was soll ich denn mit einem... Info-Scanner machen? Ah, und da die wir drüber kennen früher. Und da kommen wir drüber. Mit dem Jetpack? Nein. Woh. Ich denke, dann kriege ich so viele Tipps, weil es sich schon relativ lang ist, aber... Ich denke, alle Orte im Mino gilt von C4, wo er sich jetzt zusammenbringt. Tipp? Oh mein Gott. Da ist ein noch drüber. Ich bin eben. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Okay, die explodieren wir noch, das war jetzt nicht so geschehen Where we have to go Darüber Da geht auf jeden Fall raus, natürlich zu sein, ja Aber schauen wir mal kurz, ob wir da jetzt da hinten Dann da rüber Ich weiß doch gar nicht, ob wir uns ein kleiner Sidewatch gekommen ist, wenn wir da so ein... Glaube ich nicht da Ja Nichts für die Oh no, was soll ich party? Ich bin einfach mit dem Jetpack Mit dem Jetpack ist es jetzt alles irgendwie ein bisschen abüberwarten zu tun Ich kann ziemlich viel mit dem Jetpack einfach ausgehen Und warum? Das ist alles ein Blinder mit dem Wegen, oder? Das ist gerade Ich schau, dann ist es halt zu Oh mein Gott Wir haben vorhin noch alles durch Gerne Binde Oh ja Ah ja Lissi, nun damit du es weißt, Tweek und ich kamen wirklich gut miteinander klar. Nur, wie du es weißt, ja. Kommt dir vielleicht komisch wahr, dass deine Schwester in einem Alien zusammen ist, aber so ist das Leben. Oder dass eben Elisabeth und Irgendwas zusammen finde ich gut. Selbst und genug für mich, dass ich mit einem Alien ausgehe, als sollst du nicht auch noch was flicken. Ja, ob das jetzt besser macht, aber was haben wir da pokern? Wir sind schon in den Labs, das ist schon gegangen. DNA Aha Okay Ähm Muss ich da irgendwas Bestimmtes? Okay, da kann ich auf jeden Fall die Dinger rein und ausschalten und da kann ich weiter schalten. Aber also, spannenderweise. Ist das vom PC aus ein Getränkebehörter? Oder kann man damit irgendwas machen? Ich glaube es ist auch nur ein Getränkebehörter. Ja Ja Wie soll ich das machen? I feel comfortable with you bounty hunter. You can hand feed me anytime you want. Ich würde irgendwas lösen. Whaaat? Achso. Das ist auf jeden Fall die Kiste. Wollen wir da jetzt alles auf die Kiste schalten? Es ist alles auf die Kiste geschalten. Whaaat? Außer der da. Aber der geht nicht da. Yeah. There we go. Gegenstand erhalten. Beyond the Stars. Das Abenteuer beginnt. Der schüchtern der weißen Landarbeiter Sklub Hepta sieht zu, wie ein Raumschiff Dirk in sein Traumkin-Beet stürzt. So ein Pech. Diese Traumschiff waren fast herndereifer. Aber ich frage mich, ob es den Piloten gut geht. Na ja. So lange sie nicht fragt, ob die Traumkinze gut gehen, hat er ja noch ein bisschen mitgefühl. Das ist ja noch nie die Kiste. Das war's Bob. Bist du? Nein, das war's nicht der Kiste. Wo müssen wir hin? Ah, da rüber Easy Oh mein Gott, doch nicht so easy Ich gehe da Oh no Ja, das haben wir ja schon mal gelernt Da habe ich relativ langsam gebraucht Bis ich das draufgekommen bin Weil ich es irgendwie so horrid ausprobiert habe Und dann doch gekommen ist Uah, Desert Color Lord Scharfschütze entdeckt Was ist? Noch einer Wird. Ist fertig Somehow Ja Machen Ski Du bist denn Oder Du hast es gefühlt, du hast es noch nichts Dann ist es noch nichts Wir müssen ja jede Ecke herkommen Na, müssen wir nicht, aber Ich glaube ein Treffer so Vielleicht hätten wir mit dem Minicharm das vorher auf den Trainer geschoben Oh mein Gott, es bricht auch ab Jetzt sind wir wirklich in Rayman 2 angelangt, ich wollte schon vorher sagen Bis dahinten, schaut so aus wie das Game Rayman 2 Ich glaube da müssen wir nur runter, wenn wir runterfallen Hopp uns einmal Ich suche Darmantua in der G3 Tom ist noch runter Meine Kiste ist noch runter Noch was kriegt Beyond the Stars, ich werde ein Weltraum Captain Scoop legt stolz die Rüstung des toten Piloten an und hebt zu den Sternen ab Sieht so aus, als hätte das Schiff auch einen brandneuen Gefährten Flippy Die Wolkenratte Leider ist Flippy ein wenig zu sehr damit beschäftigt Den Tod seines besten Freundes zu betrauen Komm schon Flippy, mach dich locker Sie ist Zeit für ein Abend da Jo So, kann man es anmachen Das Leben geht weiter, ne Boah, knapp über die Hey, use the Zipline! You know how that works Sieg nicht mehr zipline So what? We're going to some big science labs? Like a field trip? Why does this feel like we're going on a field trip? I don't like these vibes We're here to kill We're here to maim some G3 dirtbags If you see any science here, ignore it Just focus on the killing Fokus on the killing Ich fokus gefühlt die ganze Zeit So ist es nur noch ein Rätsel und Und irgendeine Sachen Was man nicht alles finden kann Schau, da können wir zum Beispiel auch auf Jean hat wirklich was gesagt Hat ich diese Kopfkarte vorhin mal durchgelesen? Nope Die Leute dort sind echte Psychos Die Leute dort sind echte Psychos Tu mir einen Gefallen und Werde nicht so wie diese Idioten Okay Okay Lol Da müssen wir noch ein weiter Okay, schauen wir das schon durch Ich glaube Sorry Alright Looks like a classic Figure out how to get the elevator's working situation Nice Die Liefen funktionieren, oder? Ja, wir haben schon weg gefunden bevor wir rausgefunden haben Dass die Liefen Hat doch jetzt halt wirklich Die Liefen Hallo Und willkommen zu Skrendel Labs Only authorized personnel Are allowed beyond this point Great More mole So cool Oh You're the bounty hunter who stepped up And took charge in the office And killed my boss Krubus Very unorthodox leadership style But you got results Anyway Sorry I need to let the G3 know you're here Just my job Nothing personal Feel free to have some candy You're gonna set off the alarm Yep I'm gonna set off the alarm We've got an intruder G3 are coming for you Sorry It's my job And I don't care about you And I don't care about you I'm not sure I'm not sure I'm not sure They pay me to tell them When an intruder shows up So we do it I had to have no alarm But I would like the sweet From those creatures You want to have no fear My not to repay me I'm not sure No I'm not sure I'm not sure It's bad I'm not sure I'm not sure Oh shit I'm not sure I'm not sure I'm not sure Oh yeah Warum macht er da? Den Alarmer So cool Da hast du irgendeine Barriere und dann kommen wir nicht rein. Ich habe jetzt ein bisschen herumgeschaut, das einzige was auffällig ist, ist das da, aber keine Ahnung was das genau macht. Das einzige was ich machen kann ist, drauf schießen oder einen Ball rein schmeißen. Aber das geht natürlich. Also haben wir gedacht, dass wir das wahrscheinlich später kennen. Und dann... Lore. Die Kiste haben wir. Ah, ist es die Kiste? Ah nein, es ist die extra Kiste. Luglugs. Ok, cool. Ja, jetzt rennen wir da rauf. Ja. Ja. Da drüben ist auch eine Kiste. Wie würden wir da überhaupt weiterkommen? Sehr gute Frage. Da einfach rüber rennen. Alles klar. Tja man, was bleibt mir übrig, als das auch auszuprobieren. Easy. Ohne Treibstoff nicht easy. Ich habe mir schon gedacht, ich sollte einen Treibstoff aufladen lassen, aber... Da kommt weitere Strecke, dann ist man erwartet. Schon wieder ein Munitionsbeutel. Ich weiß, dass der sich automatisch equiptet. Dann schauen wir mal kurz nach. Hm ja. Munitionsbeutel. Ich glaube nicht, dass der drauf ist. 19 Schuss haben wir. Keine Ahnung, wie viel wir vorher gehabt haben. Trotzdem verstehe ich mich, wenn ich ganz was weitergehe. Oder geht der Lift jetzt da und ich das war jetzt eigentlich nur für die Kiste. Oh no. Das könnte echt schlecht sein. Wenn das stimmt, was ich selber brauche ich da nicht einmal da... Nix am Rüberrufen. Oh mein gosh. Jetzt sind wir wieder bei dem Ding. I guess. Das funktioniert jetzt. Ah, das funktioniert jetzt. Ah, das funktioniert jetzt. Hey. Hey, das ist jetzt funktionieren zu. Das ist komplett weg. Ah, jetzt geht's. Hey, du bist erst runtergekommen. Ah, jetzt geht's mal wieder. Ah, ich probiere die Management-A-Bahn-A-Bahn. Menschen liegen auf. Ah, dich zu viele. Ich bin wieder. Das ist gut. Oh, das ist meinстьig. Ah, ich bin wieder. Ah, ich bin wieder. Ja, ich habe noch ein paar Punkte. Nur, da habe ich mir schon. Ja, der Eberleven Wander ist nicht schlecht. Boi... Oh mein Gott, Neifi! Das war echt kompliziert, dass ich aufgenommen habe. Sektor Hybridisierung Das war's für dich. Oh mein Gott! Das ist gut! Das ist ein Glück für uns auch. Oh mein Gott. Was ist das Schulte für mich? Schulte es doch einen? Sass. Ich bin da noch einladen. Oh Good work clear about now. Let's poke around and see what kind of weird experiments they're doing in here No, 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 don't like this don't like this at all. Nope. This is not Ew, ew, ew You know, this must be rough to see, bounty hunter. I'm so sorry, bud Maybe that guy was really evil and deserved to die. You think of that? I think it's scary Maybe you already have this here. That's what aliens are doing I don't know Oh man, what are you doing to research? A little DNA, a little how we were on it Done At the end, we can put everything on the genetics If he's aggressive If he's aggressive, he's in the genes Oh, no Oh, no This cannot be a good experiment I think that's a bit of a young person Whatever Would you like to do this? We're going to try to show up those cocky nerds in the weapons lab by fusing this human with some other aliens. Just hit the button So you just let anybody come here and help with experiments? I'm gonna be honest, we're not qualified Look, I can do it myself if you don't want to. I'm just trying to be nice Uh Uh Is it a button? The right or the left? If the left is on, we have a weird thing And otherwise we have a weird thing If the middle one is on, we have a weird thing If the middle one is on, we have a weird thing If you look more comfortable The fish You You That wasn't supposed to happen You? Hit the button? It's on you! That one's on you! I made a movie What would happen with the other button? What would happen with the other button? Yeah Oh yeah Just forget it With our It's never happened Just not to be able to do it Just not to be able to do it While the boxplotter is a great nice statistic Things Is You have to take the enemy away I don't know why I'm away Finally! What did I do to piss you off? Maybe I'll take the enemy away Oh my gosh! We are doing it Oh my gosh! We are doing it Wow! Let's keep poking around I'm actually getting into this I wanna see more freaky Hey we have a man Lord We have a man We have a man Retter device Get out of this blimp city The Uh Bürgermeister The someone is trying to do it I don't know if we can do it I don't know if we can do it I don't know if we can do it Where is it come from? No one So Poor Dares We can do it And We can do it In the The Moct Guerrini The 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 Red The 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 Don't The The Who The The Who Stop Ich habe mir die meisten vorgestellt Das ist eben diese Kugel, oder was ist das hier? Oh, ich schreit das nicht wirklich. Ich schreit das oder so? Eww Es ist nicht so cool wie unser Subjekt in der Weapons Lab, aber es ist trotzdem ziemlich schön, ist es? Wir nennen es ein Furman, oder vielleicht ein Hurgel, aber wir haben noch nicht gedacht. Warum habe ich euch alles gesagt? Ich bin ehrlich gesagt, es ist weil du cool und ein bisschen bad-ass bist. Es sieht aus wie ein Hurgel sitzt auf einem deaden Mensch. Wer ist hier der Scientist? Ich oder du? Das war's. Wir haben ein Hybrid Johnny gesehen. Okay. Dann ist es so. Irgendwo in der Richtung ist noch irgendwas blaues. Da in der Richtung. Da drinnen. Da drinnen. Ja schaut man da nicht da, da müssen wir da was eini werfen. Geht nicht da. Da müssen wir später hin. Da müssen wir da zusammenfassen. Was eine Ersicht. Ach, das muss ich mal. Und so. Ewinges geschlossen. Das Dr. Gergler Wir verstehen doch nicht ganz Wo Das Geschrei herkommt Was von den Darnlingern da gehst du zu den Flyern? Oh Oh lord Noch ein Galleon? Kreature Funktion Kreature? Oh hey! You look nice! My name's Kreature! The bad guys did experiments on me and fucked me up real bad! In basically every way you can imagine! Holy shit am I glad to see another Gatleon alive in here! Are there any others? Oh my god yes! There's so many! Oh but unless you've been alive then no! These fucking G3 bastards! Kreature! We're taking on the cartel! You want in? Oh no no no! They take good care of me! Holding me against my will! Cutting me open! Doing experiments on me! Okay you know what? Say it out loud! I think they might actually be bad! I'm part of your team now! Hell yeah! Welcome aboard! Lord... A creature? That... 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 That's your name? I guess so! Oh hey! We're locked in! But that's fine! Don't freak out or anything! I can give Furt to a bunch of little freaks and they can disable the door lock! It's fine! Lord! We can have such things for us! What was you meant? That's always funny! Oh yeah! That's one of my children! They die fast! Don't worry! It's easy to make more! And it feels good! God! I love them so much! Yoey! I'm shooting with my children! Oh my god! Let's go ahead and go ahead! Lord! Look out! One of my little fuckers just saved us! Being a dad is the best feeling in the world! Then a few seconds later... When your mutant kid dies because it has a micro-gum in life span? No! That's... Not so good of a feeling actually! But I'm numb to it! I'm running around the world! Then they're dead! I'm really sick! Oh yeah! That guy? They had him here a while ago! They were making a big deal about him! But... It's not as hot as I am! What the heck? Bye bye!